ja willkommen zurück bei internet jones und die legende der kaiser kraft in der letzten folge ist immer weiter durch zeilen gekommen haben gegner ausgeschaltet und haben den palast der vergessenen könige gesucht und sind zum rand der schlucht gelaufen vorher haben wir das krokodil tor gebrauchen genau und jetzt der fluss des entsetzens finde den eingang zur höhle der flussgöttin und das probieren auf geht's abenteuer modus springe mit linken thumbstick in eine beliebige richtung mit l kannst du dich abrollen ja 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 ach ach ja ja ach 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 Sonst noch her? Okay, hier war ein Brunnen. So, jetzt sieht es hier aus. Haben die noch was? Ne, noch Messer. Und dann weiter. Oh! 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 Okay. Feldflasche, eine größere Feldflasche, ne? Gut, da drüben. Sie ist voll. Okay. Wie auch immer, weiter geht's. Äh, hier müssen wir durch. Die Brücke sieht alt aus. Pass auf, wenn du sie überquerst. So, wenn man nämlich hier jetzt einen Fehltritt tut, dann geht's abwärts. Und das ist mir auch schon so gegangen. Ne, nicht die Flasche aus. Ich wollte eigentlich, dass du ganz vorsichtig. Achso, das ist die Ich-Perspektive, plötzlich. So. Beide zwei, die Frasche. Boah! Na toll, ein Kogodier! Ich nehm interesse, richtig? Was ist denn? Was haben wir hier? Schädel Ich glaube, die Schädel kann man irgendwie schmeißen Ich frage mich ... eine Alligatoren abzunehmen Ja Schöne rein? Ja Ja Nein, ich kann nicht abdenken, man sieht Ach ... Ach Ach Noch nicht mich selbst, denn die Luft springen. Damit bin ich. Okay. Sehr. So, was ich jetzt noch nicht mehr an der Hals? Ich muss noch nicht mehr an der Hals. Das ist noch nicht mehr an der Hals. Ich bin jetzt noch nicht mehr an der Hals. Oh, das ist noch nicht mehr an der Hals. Vielleicht soll ich erstmal eine Flasche oder was trinken. Es ist nicht so schnell vorbei, wenn es noch am Tier drückt wird. Das würde ich kein Aspen bestimmen. Es sind keine Schädel mehr da. Es sind zwei um mich herum. Das ist so cool. Gut. Oh. Such diesen verdammten Amerikaner. Van Beck will sein Kopf. Toll. Und das nur zwei. Das glaube ich allerdings auch. Hol das, Yankee! Es ist da die Buffer aufgehoben. Was willst du? So. Was habt ihr denn davon? Ist hier was drin? Nix drin. Darab ein Hebel. Okay. Gegenüber ist noch ein Hebel. Und da ist auch noch Kisten. Wollen wir da rein springen. Gucken wir mal, was die Kisten ist. Nee, die Kisten. Okay. Okay. Schwimmen, schwimmen. Einmal die Kurve. Oh, da sehe ich doch schon wieder einen Alligator. Schnell. Nicht gekücht. Da ist sie. Kuruvatu. Hm, nicht ganz mein Typ, die Kleine. Okay, da sind auch zwei Typen. Ist da was? Revolver-Munition. Ich weiß. Hör, wie ist sie denn? Warte. Warte! Warte. Okay. Der eine hat irgendwas verloren ja hier. So. Die kamen irgendwie von hier oben, ne? Da sind erstmal Kisten. Medikit. Oh. Na gut, das Ding haben wir ja nicht umsonst hier runter gelassen. Ich sehe nur das hinführt. Gucken, haben wir was nötig, um ihn zu trinken? Oh ja. Einstecken. Äh. Ne, ich steck das ein. Falsche Tast. Wo steckt's? Ja. Ja. Hm. Ach Mist. Muss ich nachher auf jeden Fall nochmal Wasser zu mir nehmen. Gut, die ziehen wir mal in den. Ach, dafür ist hinter mir zugegangen. Okay. Und schädeln an der Hand, ja. Inde. Ach, dass du weg kannst. So. Jetzt müssen wir nochmal trinken gehen. Ja, wie man diese Goldenfallen überwindet, das muss ich mal ein bisschen angucken. Und dann jedes Mal solchen Schaden nehmen, falls wir mehr von den Dingern kommen. Wir sind ja noch im Anfangslevel. Ja, mit der eigentlichen Geschichte, also der Legende der Kaiserkuft gar nichts zu tun hat. Möglicherweise. Aber wir werden's erleben. Ja. Und wir hätten's geschafft. Und dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Und Indy streckt sich dabei noch ein bisschen. Genau. Und für heute sage ich Tschüss, macht's gut. Bis dann. Euer Astronier. Tschüssi.